Premiere für den Mercedes-AMG A35 4Matic, der neue Einstieg beim Mercedes-AMG oberhalb des A250, aber noch unterhalb des A45-Nachfolgers. Und schaut man auf die blanken Zahlen, dann ist der neue A35 sehr, sehr nah dran am allerersten A45. Es fehlen ihm nämlich nur 0,1 Sekunden im Standardsprint auf 100 kmh mit 4,7 Sekunden. Dabei braucht er vor allem weniger Leistung, 225 kW bzw. 306 PS und 400 Nm Drehmoment reichen für diesen Standardsprint aus. Dafür notwendig ist natürlich die serienmäßige Race-Start-Funktion, aber auch der serienmäßige Allradantrieb, der mit maximal 50% des Antriebsmoments auf die Hinterachse wirken kann, dementsprechend effizient getrieben eher den Frontantrieb nutzt. Allerdings soll der Formatik Allradantrieb agiler in ESP Sport und ESP Off reagieren. Zudem gibt es in den Modi Sport und Sport Plus auch ein verändertes Klangbild des Motors durch die serienmäßige AMG-Abgasanlage mit automatisch gesteuerter Abgasklappe. Der Motor selber basiert auf dem M260 Vierzylinder-Motor aus dem A250, allerdings setzt er auf einen Twin-Scroll-Lader statt dem einflutigen Turbolader. Damit haben wir ein besseres Ansprechverhalten untenherum und vor allem mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich. So wurde auch das DCT überarbeitet und an die sportliche Fahrweise angepasst. Gleiches gilt für das Fahrwerk, das auf dem A250 aufbaut, allerdings die Radträger und Lager an der Hinterachse vom W176, also dem alten A45, nutzt. Optional gibt es noch eine adaptive Verstelldämpfung mit drei Modi. Vorne packt ein Vierkolben-Monoblock-Festsattel mit 350mm-Scheibe zu, hinten ein Einkolben-Faustsattel an einer 330mm-Scheibe. Und damit das Fahren als solches auch Spaß macht, wurde auch die elektromechanische Sportparameterlenkung mit zwei Kenneln in sportlich straff oder komfortabel in den A35 gepackt. Wer es ganz ambitionieren mag, der kann auch AMG Track Pace ordern, damit eben die Rennstrecke visuell dargestellt wird. Die Serienausstattung als solches ist leider noch nicht bekannt, abgesehen von den klaren AMG-Erkennungsmerkmalen wie dem Doppellamellengrill und den aerodynamisch optimierten 18-Zoll-Rädern, sowie dem Diffusoreinsatz mit zwei Endrohrblenden. Innen finden sich dann optionale Performance-Zelt. Das neue AMG-Lenkrad mit den Touchbuttons ist vermutlich serienmäßig, allerdings werden die LCD-Displays mit den Touchbuttons optional hinzubestellt werden müssen. Die Premiere findet im Rahmen des Pariser Autosalons statt, Bestellstart ist im Oktober und im Handel wird er im Januar 2019 stehen. Die Premiere findet im Rahmen des Pariser Autosalons statt,